Kaum eine Rennstrecke fesselt die Fahrer so sehr wie der königliche Park im Norden Italiens. Hier wurde Motorsport Geschichte geschrieben. Monza ist ein sehr spezieller Track für alle Rennstrecke. Es ist historisch, langer Strecke, hartberechtig. Es macht das Rennstrecke sehr speziell. Das Highspeed-Heiligtum. Drei Schikanen. Vier Kurven dazwischen Vollgas. Immer noch Mythos. Wenn man das Track-Map sieht, sieht es ziemlich einfach. Es ist einfach, weil es nicht viele Körner gibt. Normalerweise sind wir hier schnell schnell. Man kommt mit der maximale Rennstrecke. Dann schlägt man die Fahrer in die erste Rennstrecke, in die Körner 1. Die Rennstrecke heißen. Alles ist auf dem Limit. Man muss wirklich seine Rennstrecke kennenlernen. 5 Meter zu früh, dann schlägt man die Körner. 5 Meter zu früh, dann ist man einfach zu lang. Sie sind italienisch. Sie haben diese Fassion. Sie haben diesen Hunger. Ich denke, wenn man in ein italienisches Team kommt, ist es eine Familie, wenn man an diese Team geht. Genau in ihrem Wohnzimmer will das Pferdchen immer besonders gerne, besonders weit springen. Und dann ist da noch ein zweites italienisches Schwergewicht. Denn auch der legendäre Lamborghini reiht sich ein in die Startaufstellung. In Zusammenarbeit mit dem T3 setzt man auf Talente und auf Frauenpower. Ich denke, dass es so großartig ist, das Fimo Empowerment in DTM zu haben. Und auch die Unterstützung von Lamborghini zu haben. Vielleicht sehen Sie mich am Ende des Saisons auf dem Top Step. Also, wir hoffen es so. Viele Träume sind hier schon wahr geworden, aber auch Tränen geflossen. Das nächste Kapitel ihrer langen Geschichte beginnt in einer absoluten Kultstätte. Die große Bühne ist bereit für die DTM 2021. Die große Bühne ist bereit für die DTM 2021. Die große Bühne ist bereit für die DTM 2021.